Herr Rechstein, es gibt eine neue Plattform zum Thema strategisches Recruiting. An wen wendet sich diese Plattform? Herr König, es ist die Plattform wendet sich an alle diejenigen, die im Recruiting besser werden möchten und Veränderungen vornehmen werden. Und diese Plattform habe ich aufgrund der letzten, der Erfahrung der letzten 10 bis 15 Jahre gebaut, um die zentralen Fragen zum Thema Personalfindung und Personalgewinnung und vor allem Personalbindung zu beantworten. Und noch mal etwas konkreter, wer sind die Zielgruppen dieser Plattform? An wen wenden sie sich in erster Reihe? Also diese Plattform ist rollenspezifisch aufgebaut. Soll heißen, es gibt drei zentrale Rollen. Die erste Rolle sind Geschäftsführer und Führungspersönlichkeiten. und Führungskräfte. Die zweite Rolle sind die klassischen Recruiting- und HR-Leiter. Und die dritte Rolle sind die klassischen Recruiter und Sourcer. Die Frage, die sich natürlich daraus ergibt, warum diese Unterscheidung in drei verschiedene Rollen? Weil ich in den Strategieworkshops in den letzten Jahren festgestellt habe, dass diese Rollen bzw. Zielgruppen ganz eigene Fragestellungen zum strategischen Recruiting haben. Und dem wollte ich Rechnung tragen und habe diese Fragen beantwortet für diese drei verschiedenen Zielgruppen. Könnten Sie uns dann auch ein paar Beispiele nennen? Also vielleicht mal ganz allgemein, was sind die Inhalte dieser Workshops? Und dann eben als Nächstes dann vielleicht auch Beispiele von Fragen, damit man sich vorstellen kann, worum es da geht. Was bekommt derjenige, der es kauft? Also der Inhalt ist ganz klassisch. Ich habe pro Rolle festgelegt, was sind die fünf, sechs zentralen Fragen im Thema Rekrutierung und Personalgewinnung. Diese beantworte ich in jeweils 15 bis 20 Minuten Videos, Impuls-Videos. Aufgrund dieser Fragen habe ich Maßnahmenpläne, To-Do-Listen und auch ein Workbook, das über 70 Seiten pro Rolle beinhaltet, zur Verfügung gestellt, dass sich der Nutzer dann downloaden kann. Das heißt, Sie können sich die Videos anschauen, Sie können sich die Maßnahmenpläne downloaden und das Workbook lesen. Erweitern dazu habe ich jemanden von der Zielgruppe genommen, der sich auch diese Impuls-Videos angeschaut hat und der hat mir Fragen gestellt. Und wir haben dann eine halbe bis dreiviertel Stunde ein Frage-Antwort-Spiel gespielt, weil seine Fragen sind ja auch die Fragen der Zuseher und der Zuhörer in diesem Fall. Und das ist das ganze Paket, was ich pro Rolle für Recruiter, für HR-Leiter, für Geschäftsführer und Führungspersönlichkeiten zur Verfügung stelle. Jetzt eben, nehmen wir jetzt das Beispiel bei den Führungskräften, um was für Fragen geht es? Könnten Sie von diesen fünf, sechs Fragen, die Sie erwähnt hatten, könnten Sie uns jetzt Beispiele nennen, um was für Fragen es da geht? Absolut. Die erste Frage, die immer wieder darstellt, ist auch die erste Frage im Kurs. Warum müssen wir uns um unsere Personalfindung, Personalfindungsstrategie überhaupt überdenken? Was gibt es denn für einen Grund? Die Geschäftsführer und die Führungskräfte haben ja mittlerweile schon hundertmal gelesen und auch hundertmal gehört, dass sich ja der Markt geändert hat, die Kandidaten sind nicht mehr einfach so zu bekommen. Und es gilt zu akzeptieren, dass wir hier eine neue Recruiting-Strategie benötigen. Und das muss vor allem die Geschäftsführung für sich realisieren, damit sie nicht einfach nur fordern können, lieber HR-Leiter, mach einfach weiter so und du guckst halt, dass du mehr Leute bekommst. Das ist ein wichtiger Punkt. Unter anderem benötigt es dann eine neue Recruiting-Strategie. Und eine Recruiting-Strategie gab es vielleicht früher eine für alle Zielgruppen. Heute haben Sie verschiedene Zielgruppen, vielleicht zehn verschiedene Zielgruppen. Und Sie benötigen zehn verschiedene Recruiting-Strategien pro Zielgruppe. Ansonsten ist der Prozess nicht individuell genug und dann nicht erfolgreich. Und können Sie uns noch eine zweite Frage, so praxisorientierte Frage sagen? Die zweite Frage, die immer wieder von den Geschäftsführern und Führungspersönlichkeiten gestellt wird, ist, löst Active Sourcing meine Recruiting-Probleme? Und die schlichte Antwort, nein, weil Sie müssen erst noch drei Punkte erfüllen, bevor Sie Active Sourcing tatsächlich für besseres Recruiting und für mehr Kandidaten sorgt. Den Geschäftsführern und Führungskräften muss klar werden, Sie benötigen eine eigene Person, eine eigene Kraft, die Active Sourcing machen kann, weil Active Sourcing ist schon eine sehr, sehr spezielle Art, um Menschen für ein Unternehmen zu gewinnen. Da braucht es eine eigene Person, das ist eine eigene Disziplin, da braucht es Zeit und Geld, weil Active Sourcing kostet auch Geld. Und drittens, Sie müssen eine Story zu erzählen haben. So, da heißen, Active Sourcing, nur Leute auf den Social Medias anzuschreiben, bringt überhaupt nichts. Sie brauchen die USPs, Sie brauchen eine gute Story. Und Sie merken schon, für einen Geschäftsführer geben sich jetzt viele, viele Fragen und die möchten den Geschäftsführer und auch eine Führungskraft jetzt mit dem Rekruter und mit der HR-Leitung besprechen, um dann Antworten zu finden und damit Active Sourcing für besseres Recruiting und bessere und mehr Kandidaten sorgt. Also zusammengefasst, was wäre dann so der Nutzen, wenn jetzt eben der Geschäftsführer oder der Personaler, der Recruiter jetzt daran teilnimmt, beziehungsweise diese Videos jetzt sich durchschaut? Der Nutzen ist ganz einfach. Alle diejenigen, die verstanden haben, dass sie eine neue Recruiting-Strategie, neue Mechanismen oder vielleicht auch ein neues Mindset, ein neues Gedankengut in Rekrutierung haben möchten, holen sich dieses Strategiepaket für ihre eigene Rolle, wo die Fragen beantwortet werden, um letztendlich dann neue Maßnahmen festzulegen. Es könnte zum Beispiel sein, wir machen nur noch ein Vorstellungsgespräch, wo alle zusammen am Tisch sitzen und wir sofort eine Entscheidung treffen. Also letztendlich es gilt, neues Recruiting, eine neue Strategie festzulegen, damit sie erfolgreich werden im Recruiting. Und dafür ist das Maßnahmenpaket zur Verfügung gestellt. Und jetzt ganz praktisch gesagt, wie viel Hilfe können Sie mitnehmen? Sie hatten es ja kurz erwähnt, aber trotzdem nochmal, welche praktischen Hilfen kann er dann mitnehmen? Was bekommt er? Also derjenige, der sich für den Kurs entscheidet, der bekommt die Beantwortung der sechs zentralen Fragen zum Thema Recruiting. Er bekommt To-Do-Listen, er bekommt Maßnahmenpläne, er bekommt ein 60- bis 70-seitiges Workbook für seine Rolle. Er bekommt auch ein Online-Tutorial, welche Fragen ergeben sich. Und das Ganze gibt es per Download und jederzeit abrufbar. Das heißt, es ist ein ganz rundum-sorgloses Paket, um sich dann auf die Reise zu machen, das Recruiting für seine Rolle neu aufzustellen. Dann hoffen wir, dass er diese neue Rolle dann auch schön ausfüllt. Vielen Dank. Herzlichen Dank.